Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone und wir zocken wie versprochen, wie in der letzten Folge, jetzt mit dem Midrange Hunter und irgendwie glaube ich, dass wir überhaupt nicht erfolgreich mit damit sein werden, aber scheiß drauf, no risk no fun, außer wir sind gerade rank 20 und dem her kriegen wir vielleicht noch ein paar löschen. Ich werde eher verfassen, lass die Art beginnen. Und ja komm, hoch course, hoch course, hoch course, hoch course fängt eigentlich ganz gut an von dem her dass er eigentlich nichts gemacht hat na was kommt jetzt noch mal was spielen aber was oh der schräger den bring ich auch gleich bei ich jage allein noch mal ein geisthaften krabbeler krass dafür weihe dafür kriegt er respect von mir ich ja 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 ge ge Geil. Dann schwingen wir dieser Wannen hoch, Mähne. Leg diesen Apfel auf euren Kopf! Na, was kommt denn jetzt für ne Scheiße? Die kleinen Kacksoldaten. Los jetzt. Das wusste ich, ey. Ich sagte euch, Scheiße, Kacksoldaten. Wenn man bestimmt so ein Drecksdeck, wenn man gleich diesen Kommandanten da spielt. Ich jage allein. Ich jage allein. Okay. 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 So, und jetzt wird er bestimmt diesen Rekruten spassiv für spielen, der hier plus 2, plus 2 drauf macht, woher macht er noch einen von denen. Oh, ich ruhe jetzt noch mal Weile. Oh, herzlich. Ja, es ist immer noch in Ordnung. Er hat schon seinen Weile jetzt verbraucht. Ja, ich ruhe jetzt. Das hier. Oh, das passt schon. Ich jage allein. Okay. Passt schon. Nee, passt nicht mehr. Ich ruhe jetzt in Zeiten. Ich ruhe jetzt in allen Zeiten. Ja, ich ruhe jetzt. Danke. Läuft. Ah, mit 7 Schaden. Ich ruhe jetzt in allen Zeiten. Ich ruhe jetzt in allen Zeiten. Ich ruhe jetzt in allen Zeiten. Ich ruhe jetzt allein. So, nächste Runde killen wir ihn. Hoffentlich. Ah, verdammt. Ich dachte, ich hätte nochmal die Berge. anfalle drin und noch ein angriff mehr melde mich zum dienst das ist trotzdem sein tod entschuldigt bitte er ist das sieg und noch mal mit dem mit range hunter und nächste folge gibt es dann den so log endlich mal wieder nachdem ich die letzten folgen immer reno log gespielt habe kommt jetzt endlich mal wieder ich wollte hier die map noch mal ein bisschen ausprobieren würde ich mal ein bisschen dran rum spielen start kann man so nehmen wobei die eisenschnaubeule hätte ich ruhig weg tun können ich habe sie kaputt gemacht den hier will ich auch noch mal ausprobieren am power dieselben beiden kreaturen die ich im letzten in der letzten runde auch immer ein paar hatte okay ich will in dieser runde auf beide einen schaden machen auf beide hier will er einen schaden und macht auf alle einen schaden alter eine noch schlechtere karte ging wohl nicht oder was naja wir haben ihn immerhin schon mal auf 21 ich frage mich schade ich hatte ja verhofft dass er die legendary spielt und die ich dann silencen kann pass mal auf jetzt macht er hier noch mehr schaden drauf hier hier Ich jage allein. Nein, der macht das, der beendet das jetzt. Alter, du bist so ein Hund. So ein Hund. So ein Hund. So ein Hund. Mit dir jetzt ausspielen habe ich 4 Schaden plus 5 Schaden. Mal 11 Schaden, 1 Schaden zu wenig. Ich frage mich, ob... Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Scheiße. Ja, fuck. Ein Schaden zu wenig. Wenn ich die andere Variante gemacht hätte, hätte ich 1 Schaden zu wenig gehabt. Aber das wäre die... Ne, selbst mit der Variante... Doch, mit der Variante hätten wir gewinnen können. Wenn alle 3 Stachel in ihn gegangen wären, hätte er verloren. So, aber das Glück hatte ich nicht. Ihr wisst ja, ich bin sowieso so ein Pechvogel in dem Spiel. So, das war es dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge dann mit dem Zoolog. Bis dann. Ciao!